Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Im März hieß es, wir nehmen den Antrag zu Forza Louis von der Tagesordnung, weil wir nur sechs Stunden tagen dürfen. Auf der folgenden Sondersitzung wurde dann sämtliche entfallenden Tagesordnungspunkte der vorherigen Sitzung abgehandelt, fort wieder nicht. Dann hieß es, wir machen das im April zum Schwerpunktthema. Ende vom Lied. Ganz am Ende der Tagesordnung räumen wir dem Hecker mal noch ein halbes Redezeitmodul ein, damit er seinen Antrag in immerhin zwei Minuten vorstellen kann. Von Schwerpunktthema will niemand mehr etwas wissen. Stattdessen hält der Herr Umweltminister eine Regierungserklärung, in der er uns mitteilt, dass er mehr Geld von der EU erhält und das nutzen möchte. Um mehr Landwirte einzukaufen, damit diese auf Ökolandbau umstellen. Inklusive natürlich der umfangreichen Dankesworte aus den Koalitionsfraktionen. Das ist immer wieder schön zu sehen, wie harmonisch Regierung und Landtagsabgeordnete miteinander umgehen. Dieser ganze Vorgang zeigt, welchen Stellenwert die Probleme der Industriebeschäftigten in diesem Hause haben. Seit Jahren bangen die Fortarbeiter, wie auch die der vielen Zulieferer, um ihre Zukunft. Ja, viele haben ihren Arbeitsplatz schon verloren. Da Sie hier alle meinen Antrag gelesen haben, hier nur kurz die Quintessenz. Ford investiert massiv in Köln in E-Fahrzeuge, kauft aber wesentliche Teile des Antriebsstranges dazu. Und der Konzern baut ab 2030 ausschließlich Elektrofahrzeuge. Die Inhaltetaktik der Vergangenheit und die geringe Fertigungstiefe lassen darauf schließen, dass bei Ford einfach kein Bedarf mehr gesehen wird für vier Werke in Europa oder eben zwei in Deutschland. Auf der anderen Seite steht Gret Wolmotors auf dem Sprung nach Europa und hat seine Tochter Eswold schon mal vorgeschickt. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, mit diesen beiden Globalplayern einen Prozess zu moderieren, mit dem Ziel, dem Automobilstandort Saarlouis eine Zukunftsperspektive zu bieten. Näheres können Sie dem Antrag nachlesen. Ich bedanke mich für zwei Minuten, respektive drei Minuten Redezeit zur Erleiterung meines Antrags. Vielen Dank.